Heute werden wir zusammen mit Jona798 eine Minecraft Challenge auf dem Games SMB Server spielen. Die Sache ist nur, Eisen? Wirklich? Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr sowas feiert und jetzt viel Spaß. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mit dabei ist heute Jona798. Auf dem Challenge Server, der gerade immer noch fleißig am Hochfahren ist, müssen wir... ...einen Eisengolam töten. Genau. Eisengolam... It's starting guys! Nein, meine Aufnahme ist am Arsch. Meine Aufnahme mit Zeug durchgeht... Oh, nee. Wir starten jetzt die Challenge. Wer als erstes diese sogenannten Eisengolams findet, hat gewonnen. Bis dann und ciao. So. Okay, ich hole jetzt erstmal kurz ein bisschen holen. Die Zeit seht ihr unten in der Mitte. Er hat schon Steintools. Ich habe ihn auch gerade noch dabei, meine Werkbank abzubauen. So, ich höre jetzt erstmal Stein. Ich habe gerade eben schon... ...ein Dorf gespottet gehabt. Was? Und dann hoffe ich jetzt weg sind. Warum brauche ich eigentlich die ganze Zeit genüsslich Kohle ab? Ihr müsst hier raus aus diesem Loch. Okay, ich suche jetzt erstmal auch ein Dorf. Ich glaube, ich bin auch angelogen. Hier ist gar kein Dorf. Die Leute haben da auf. Nachmittag werden stehen. Es ist hier eine perfekte Location für ein Dorf. Ich... Komm, Eisengolam. Ja, Eisengolam! Das glaube ich dir nicht. Das ist eine Lüge. Das ist dreist. Das ist eine dreistel Lüge. Du hast keinen Eisengolam. ...und war ne Lüge. Nein! 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 Eilson-Golam, ich schaffe es. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn safe. Da diese Challenge zu kurz ist, würde ich sagen, reset wir den Server und starten nochmal neu rein. Ich bin im Dschungel. Im Dschungel sind wir. Okay, das ist schlecht. Okay. 3, 2, 1, los! Ich gehe ganz weit weg. Ich fahre mir einfach Eisenblöcker ran und mach was. Ne, ich brauche ja noch von Eisenblöcker. Es geht easy. Ne, vieles. Ja, easy. Es ist doch wieder so eine perfekte Love Location. Also, meine Dörfer sind ja in 1,18 auch wieder seltener geworden. Oh, ich habe nur ein Porti gefunden. Ja, ich habe zusammen mit meinem Bruder Minecraft gespielt. Fuck, nein, nein! Ah! Fuck! Mit Überlebt das! Überlebt das! Überlebt das! Überlebt das! Überlebt das! Überlebt das! Nein, komm! Überlebt das! Überlebt das! Überlebt das! Nein! Okay, gut! Leute, ich würde sagen, das war es an der Stelle wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es auf mein nächstes Mal wieder ein. Bis dann und ciao! Ciao, ciao! Ich muss kurz gucken, wo das nächste Dorf war.